Das heißt, dann kann man vier zu sein, also kann ich mich jetzt einstellen, aber nicht was ist denn, ich hab das immer so richtig gestört, wahrscheinlich. So will ich, übrigens, so hat erholt zu Anfang mit und dann ist es los. Also kann jeder machen, der Lust dazu hat? Ja, sicher. Die Meisterschaft denkt, das war nicht gleich gleich, aber... Ja, sicher hier in Kiel, die Uni bietet das an, in Witschwater und in Gelten, Luxburg. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen sehen, eine kleine Kostprobe von dem, was ihr könnt. Und das, was du mir jetzt zeigst, ist das Spiraltone nennt sich das. Und dann gucken wir mal ein bisschen nach. Ja. 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 Das ist ein Zweiht. Ja, ich bedanke mich bei den Turnerinnen mit viel Muskelkraft aus Flensburg und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, auf das ihr viele Meistertitel holt. Tschüss. Macht Arbeit krank.